Hallo und Willkommen zu einem neuen Stream von mir. Willkommen zu einem neuen Stream von mir? Willkommen zu einem neuen Stream von mir. Willkommen zu einem neuen Stream von mir. Willkommen zu einem neuen Stream von mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Guckst du meinen Lifestyle-Teil an? Ja. Okay. Ich habe ihn einfach gerade gewonnen. Und jetzt kann ich nichts mehr sagen, die Behindert-Bestellung ist nicht so. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. was mit groß geschrieben was wird ausgeschrieben wie wird ghost ghost die zuschauer martin Untertitelung des ZDF, 2020 Tim Luck, hi! Ich bin gerade zufrieden gekommen, ich bin in halb vier. Ich bin gerade zufrieden gekommen, ich bin in halb vier. Ich bin gerade zufrieden gekommen, ich bin gerade zufrieden gekommen, ich bin in halb vier. Wer ist das? Ich hab ihn gebraucht. Stream mit der Waffe. was was ich habe er hatte der unmöglich ich Fan-Account gemacht, Insta-Fan-Account gemacht. Danke, aber musst du eigentlich nicht machen. Danke. 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 Vielen Dank. Danke. 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 Juri, weißt du, wer mir folgt, so eine Behinderte, die heißt jetzt wirklich, ohne Spaß, aber die wird ein bisschen anders geschrieben, Luise Hahn. Da steht so, Juri, Juri, das, hallo, ja, so, die heißt Luise Hahn, nur mit S, aber da steht, wollen meine nackten Fotos, wollt ihr meine nackten Fotos sehen, kommt, ich will mein, mein Snapchat, wohin, behindert, ah, Tim, Gmail, wohin, ich weiß nicht, beruhig dich noch, warum sind es 100 Spieler, okay, ich hab, ich hab sie gefragt, wohin sollen wir, warum sind es 100 Spieler, wenn wir, wenn wir, das stimmt, ja, stimmt, da kann ja noch einer, ich hab mich doppelt, ich mich auch, Jonas, die ganze Zeit, wenn ich mit dem Spiele, weil ich mich doppelt, das regt auf, jetzt redet der Garnisch mehr, ja, moin, ja, Jackpots erste Kiste, goldene Scar, wirklich, ja, Jackpots, erste Waffe, komm, ja, Maschinenpistole, die Jungs bei mir sind Gegner, bist du Main, ja, warte, ich komm, noch eine Waffe, war logisch, scheiß was, ich komm auch ohne Waffe, dir helfen, weil du mir auch immer hilfst, Kommt her, wo seid ihr, scheiß Gegner, wir sind doch hier drin, wir sind doch hier drin, drin, nein, ich hab keine Maps, ich hab auch nicht, also ich hab keine, 9, 9, oh wo, komm runter, mach Fernseher von, da, da, ich seh ihn, er ist da, eh,amentern Nordosten, Nordosten, ja! 123 auf, se. mandatory. Ey, 123, das Schot, den ich in Gefüße hab. Egal, generell die setzen, aber mein Loots, weil Shot gar kein Licht. die koppel reiner weitern wohl seinen partner darfst du ja ich hab das war ich habe alle ein kassen wir kommen in fünf minuten wieder heißt es ist vor langen medien hier in der linie manche insolven ich hab noch zwei minuten zehn bandage Oh mein Gott, ich schieße doch wieder auf Norddeutschland. Hey, da hinten war eine Flugzeugstation. Ich sehe eine Truhe. Also ich habe sieben Bandagen dabei. Erhört euch nicht oder was ist? Und wir reden doch einfach nur nicht. Wir reden nicht. Na, aber ich dachte... Ich habe meine grüne Pump vergessen. Wow. Meine Mutter rief mich an. Oh, ist sie. Aber es wird... So ist sie wieder nöder. Du musst mich mal fahren. Ich habe das gemacht. Jürgen war der Begeisterverlust. Ich habe alle gegriffen. Ich habe alle gegriffen. Ich glaube, die Throne kommt. Gibt es da Rift? Das weiß ich nicht. Gibt es oder nicht? Weiß ich nicht. Ey, Mann! Wir sterben jetzt wieder. Da ist die Flugzeugstation, glaube ich. Hoffentlich. Thailand? Ich bin Spielschat Wars, ich bin erwischt und runter. Hier ist kein Rift. Holst du uns Flugzeug? Ihr sollt zu mir kommen, Digga. Ich bin da, okay. Komm drauf. Komm drauf. Nein! Oh! Wieso? Ich start's doch nicht, Juri. Komm, mach schnell! Komm, Jonas! Ich hab keine Metz. Oh, Digga. So sterben wir jetzt. Lieg! Flieg! 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 Flieg weg! Flieg! 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 Ich bin da. Das sind keine Flugzeuger. Doch, da ist er. Es war noch eins. Doch! Da ist er. Ach, ich bin da. Ich bin nicht da, okay. Irgendwie nichts zu tun. Ich bin nicht da, okay. 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 Ich gehe nach oben. Nein. Donau. Ja. Nein. Sag doch, dass sie Partie auf dem... Ich war die ganze Zeit mute, oder? Ich weiß nicht. Habe ich die ganze Zeit gerade mit euch geredet? Ja. Mit Flugzeug und so? Nein. Ja. Ja. Hä? Oder? Mensch, ihr habt ein Flugzeug getroffen. Das, was runterfällt, Mensch. Wer hat hier... ...Megget oder so oder irgendwas? Nein, Jonas! Egal. Ich schwange. Ich schwange. Und durch Seilbahn? Nein, mit Luftballons. Ja. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hier ist noch ein Flugzeug. Oh, das mache ich auf! Ich fühl mich jetzt in der Luft. Ich bin hier über dir. Ja, ich kann. Ich hab gut gehen. Nein. Huah. Nein. Guck. Guck. Egal. Ich komme. Wo bist du im Sinn? Ich kann kein Luftballons öffnen! Hä? Ey, Mann! Wo bist du, Jonas? Wo bist du denn? Waaah! 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 Ich hab's geschafft! Ich hab zu YouTube kann man, ich schwimme gerade! Oh geil! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft auf YouTube! Hallo? Hallo? Ich hab's geschafft! 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 Deinem consciousness ist Narration! manche ich stehe er mache leise ja ich bin gerade am spiel wort die herrschte es ist das starr und wohnen warum es nicht nein also ob ich gestern ein teil hast ja hast du jetzt zeit etwas schnelles Köln zu machen kannst du Tim Lack Moderator Machen Moderator Machen ich mach's danach ok ja ok was ist das die Kollektierte Internet ja ja schon gleich so Tim Lack hat von Meisten verblendet zu tun er hat es kann machen die nachher jetzt aber auch abstehen das war das weiß man hat um so das aber auch wenn er Acker. Was ist denn? Ich bin gerade so. Dona hat Blut. Na, ich konnte nicht mehr happy. Ich versuche zu dir zu gehen. Stimmst du gerade auch Dona? Dona? Ja. Mach. Hier streamt beide. Nuri? Mhm. Hast du abonniert? Oder wer ist abonniert? Ich bin gerade in der Runde, deswegen mach nach der Runde aber nicht. Ich bin gerade in der Runde. Ich bin gerade in der Runde. Blutlake Scrooge, der krasseste Pistenspot. Oh, ich komme, Toni. Nella. Jonas? Ach, das ist so gut. Ich habe so viele Minden-Shirts hier. Kommt mal her, hier sind Tausende von... Hier ist noch ein Schlürfer. Heißt du Toni oder Donut? Äh, Donut. Äh, Donut. Äh, Donut. Und Abkürzung. Und Abkürzung. Und Abkürzung. Und Abkürzung. Ja. Ja, ihr werdet nicht. Ich habe einen Trumpet drin. Das ist ja so. Nein! Ihr seid voll, oder? Äh, ne. Einen Platz noch frei. Und Abkürzung. Hacker! 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 Oh mein Gott, meine Damen und Herren. Hey, Juri! Hey, Juri! Dicker Brudi! Juri! Juri! Nein! Juri soll mal kommen. Bei mir steht du bis runter. Seid ihr faul, wieso? Wer geht dieser Juri? Hey, Juri, bitte! Bitte, Juri, tönt ihn doch! Es läuft! Es läuft! Komm, fick ihn! Hilf mir! Hilf mir! Danke! Bist du dumm, wenn ich AFK bin? Wie soll ich dann spielen? Ja, die ganze Zeit AFK, ich hab grad mit einer Hand zwei Kills gemacht. Oh, Chicky Chaka! Oh, Chicky Chaka! Jonas wird geschnuppt. Ich hab äh, wenig Pumpen. Jonas, geh weg von unserem Loot! Digga ergänzt sich noch! Boah, ich schwöre, ich, 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 ich hasse diesen Jungen. Sollte ich mal, jetzt, richtig verbissen? Hä, wo sind die andere Kills? Was? Da! Ich versuch's! Ich versuch's! Nein, weil verbunden. Ab und so. Ah, ich hab angeschossen! Ich weiß aber nicht von wo. Irgendwelche Camper. Ah, der! Ich versuch' ihn mit Dach zu kommen! Ja! Scheiße! Oh, er ist gefährlich! Oho! Oho! One shot! Ah, er ist娘 schon die Zoo und ich plaisir geschnitten. ihr habt die verbände unter ort ich habe ja noch ja ich habe ja das ist ein Lagerfeuer ein epischer Kfelschuhlern braucht ihr aber ihr habt die Donau wenn ihr ein Weg seid wo wir rund zu einem Sagen ja ja die Runde geht irgendwie echt mieser an ich gebe immer noch Dings im Gegner ich mache Lagerfeuer Ich habe Trampo. Ich auch. Warte Jonas. Ich komme nicht in Fortnite rein. Wieso? Ich bin mit dem G zu hoch. Ich komme nicht weg. Moony kriegst du nicht Bruder? Mann wie ist das? Ich weiß, du hast ihn ungefähr so viel gebrochen. Er hat Rocket Moon? Ich habe... Nimm doch! Wie liegt doch Jonas? Bist du behindert? Ja, wo? Da bin ich... Tja, wir haben beide Trampos. Ohne, da will das laufen. Trampos für Endgame. Die ganze Zeit hin und her. Ja. Sonst nur unsere Steps? Ich hasse Camper noch. Nein, hier ist doch ein Gegner. Nein. Nein. Ich glaube hinter uns ist ein Gegner. Was ist das denn? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Heute ist es ziemlich vielleicht lange. Ich hoffe nicht mal... Ich bin jetzt richtig lang, so schnell. Ich... äh... Ich versuche neu, Account zu machen. Okay. Okay. Hat... Nenn dich Ghost Tim... Oma hat langes Team sollte... Töte... Ą... äh... Weiß nicht... Aber lang... Ich auch... Achso... Wieso langes... Es ist ein... Ich... Ich nicht so lang würde... Ich lange, aber ich glaube, ich schwimme schon ein bisschen so. Ich liebe es, es ist ein Support, hier gibt es die beste Lüder einfach. Was ist das denn? Ja. Nehmen uns zum Kicker. Oha, ich hab's nicht gesehen. Und da war auch... Ah ja, da vorne. Ah, die hat die mehr! Oh! Das ist ein Film hier. Die sind schlecht. Oha, die können ja plötzlich schnell bauen. Der eine ist One-Shop. Der eine ist One-Shop, ich geh'n pushen. Also, ich hab' nicht da gekommen. Ich hab' einen! Wie viele? Und was ist der eine? Die ist ein Film hier. Und was ist der eine? Und was ist er? Ich hab' eine. Ich hab' einen Film hier. Ich hab' einen Film. Und was ist er? Und was ist er? doch und so weiter auf der die an die ja ich nicht mehr so spiel die kinder schienzüglich selber helfen mir jonas ich bin da mit dir so schlecht verdient du opfer du kein kleiner fastiger was du ihm so nicht durch screen warum schreist nur so laut war er nervt die schlechte worten schwer als er kenne ich nicht der tod ja und wie eindeutig warum hast du mich gekippt und hab ich nicht du hast verlassen ich hab mich doch doch von anfang verlassen teilen du hast sie die gewohnt ja du hast doch gesagt du bist du nicht habe ich nicht gelacht besser das war gegangen er denkt er hilft nix wenn es denn der bunsten sein arsch dicker hat jonas in youtube nein er hat geschrieben im chat instant die abo hier interessiert mich doch nicht nur so ein kleiner nur so ein kleiner vogel wie du macht der bitte gar so eine abonnenten interessiert mich nicht wie du denn die ganze zeit nur an ludgehalt und manchmal juri einmal ich mache es hin zum lach kannst du jonas christian banden dann Don't die wirst du jetzt sagen ich habe nur so eine abhazione jetzt habe ich mir richtig die ich hatte ich schon mal ich mache es danach ich sagte das geht ich habe schon dieses wie die training macht aber nur wenn die für 100 prozent vertraut ist keine scheiße schatz kann er den baum alle kippen alle bahn und wir brauchen sagt ja wohnert aufgehört bei mir sind gegner baushälter ja das stimmte und und wo schluss nur das es gibt es gibt es gibt es gibt es gibt es gibt wir haben Oh nee, Digga, verlass. Wer aus legt, legt das legt bei mir. Ich hab ein Schack, Schack, ich geh nicht mehr. Da unten ist noch ein Sky, Juri. Oh, ich bin tot. Juri, ich hab ein Rift, 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 Rift. Komm her. Soll ich mit die Rift? Ja, mach. Komm. Oh, du lässt es. Genau. Blut Lake. Ja. Das ist aber auch einfach. Das war auch die Zuckerstattung. Ich hab Verbände. Das ist Riesen-Lutrecht. Das war auch noch. Ich hab schon. Hier. Nimm mich schnell. Ich hab Schack, Schack gewöhnt, ne? Naja. Erstmal die Zuckerstattung kaputt machen. Das ist ein bisschen weit abbauen, jetzt bis ich weiß nicht, ob wir gehen. Okay. So, Donald, ja? Was? So, ja. Ja. Ich hab die Füße anbekommen. Meines Raumes. Na trabajo noch. Sodass die Woody auch so ruhig bleiben. Und nun, mach mal die faul, nicht da die ganze Rudy nicht gewöhnt. Ja, ja. Du denkst, es kommt her zu Beide. Mann. Da kommst sogar rauszulegen. Du musst verlassen. Nein, duas sind da rauszulegen. Das ist voll weg. Und du hast ja nur sauer bin. Und es ist auch tausendmal nervt. Kennst du? Nee. Oh, der Saat verdammt. Wenn ich die auch erstmal hier. Ich hab voll Schadenkästchen. Schon wieder. Wo ist der Saat? Eigentlich liebe ich der Saat. Ich hab gar keine MP, Muni. Nein. Hier. Jetzt alles. Also so. Ah ja, stimmt. Du hast ja gar kein Problem. Du hast ja gar kein Problem. Hast du nach Muni? Ähm, ne, leider nicht. Warte. Ja. Aber fast in jeder Munitionskiste schwecken. Du hast ja gar kein Problem. Du hast ja gar kein Problem. Und du hast ja gar kein Problem. Wow, da geht es Ich habe mich nicht mehr gesehen Schreie Ohne schon bei Oberleuten, äh, alle waren nur diese, die haben die Fall gar nicht gemacht. Richtig. Nein, ich fühle mich nicht. Ich war richtig knapp. Nein. Erstmal Pilze auf meinen Nacken. Ich kenne Lebenhaft. Jetzt gebraucht mit der Auto mehr. Hey, hier sind so wenige Filze. Ich will nicht mal geliebt, oder? Ja, oder? Ich will nicht mal geliebt, oder? Ich will doch nur geschirrisch geliebt werden. Nein. Ich sag, wenn du Blue läufst. Deswegen immer nur Püte. Ja, in der Mitte. Das ist tatsächlich. Ich bin da, hab ich sie geschickt. Nimm's nicht an. Ich bin da, hab ich sie geschickt. Ich bin da. Ich bin da. Rocket Launcher. Willst du haben Rocket Launcher? Meine. Ja, sag dir, Bruder, als ob ich den nehme. Das fang geil aus. Hast du noch nie gesehen? Ich bin da. Heute ist es. Zweite Runde und in der Gesten hab ich mich mal nicht. Ich hab' gefeiert. Komm mal keiner. Da. Ah, ich zieh da! Ja, wie ich gedacht. Äääh! Wunder so. Ich hab' ne kleine Wixler. Ich hab' ne kleine Wixler. Ich hab' ne schwöre wie er spiel'n. Die Ekelhaft. Ja. und die Städte wohl nur ich bin nicht cool mit der Sohn jetzt auf YouTube Goose unterstricht Blimpflug Ja mach mal Blimpflug Donut wollen Donut schneller? Ja Lass mal Blimpflug Das ohne den Donut Donut ich weiß nicht ist egal aber wir müssen mehr sein zu drittmaß nicht so viel Spaß Blümflug und das sind zwar ein dieser dass ihr von Jim wer spielt jetzt im Flug wenn du mich hast wir müssen ein Spiel Chat ok ich werde gleich wieder streamen weil es lag zu mir ist viel und danach starten wir danach ich glaube er hat ein Headset ich guck mal hallo 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 wie gehen Patsch hat ja hi ich war auch nur für eine Sekunde da oh Tika warum kombinieren jetzt alle vor allem mit Minecraft da war kurz also nötig war später wieder im Mössler in meinem Livestream ja tschau wohin es gibt keine Map ich kann ich ab ich kann ja ich kann nicht kein Map gucken ja es gibt gar nichts das ist normal im Mössler in dem Mössler in dem Mössler in dem Mössler in dem Mössler in der Welt schlussler in der Welt ich bin das war und geht ich kann ja das ist das ist die Nachteil und der Stadt und die ich kann ich kann ich bin hier hier bei Schiffti mit der Schiffti Schiffti Ernst? Schiffti, ich bin jetzt schon gelandet was soll ich denn machen? bist du Schiffti, Donut? Ja. Ich weiß ja nicht, wer an deinem Team ist und wer nicht? Wer nicht, was ist das, du Scheisspiel? Was ist das? Ich hab nen DREX-Games ich DREX-Spiel, ich kann auch nicht spielen Man kann nicht, man zeigt nicht mal killzahm Donut, wo bist du? Ich hab noch meine Option drückt Ich seh nicht mal, wie ich Schaden nicht mache Aber wo ein Schiffti bist du? Fick dich! Verlass dieses DREX-Spiel, verlass dieses DREX-Spiel Nein Fick dich, das ist DREX-Games Donut, verlass man dieses DREX-Games Fuckin Verpackt ist DREX-Spiel Donut, zwei Kinder Warte Verlass man, verlass man, verlass man, auch keine Frage Warte doch Du darfst mal wissen, wo du gehst Ich bin hier direkt vorm Eingang bei Schiffti Aber welcher Eingang? Der Name Oh Oh Hier Donut Bist du Ace? Hier, siehst du mich? Kannst dich töten? Darf ich mal ausprobieren? Ich hab den Wiggi Ich hab den Wiggi Ich weiß gar nicht mal, wieviel Schaden ich mache Warte, ich mach nur noch ein Kill Oh Eva Egal, drei Kills Ja Fünf Kill zusammen Es ist schon 15.30 Uhr Oh mein Gott, es ist schon 15.30 Uhr Oh mein Gott, scheiße Lass einfach mal, wollen wir das ständen Was für Jamie, ist nimmer online Und dann sagen die, die kommen alle online Alter, wieviel Vibugs hattest du Und dass du dir alles ganz fühlst Nee, gar keinen mehr Ich hatte 5.000 Du holst dir auch keinen Lebkuchen? Doch Heute ist die Frau vom 11 drin Zu Weihnachten, ich bekomme noch Weihnachten vorher noch 3.000 Dann hol ich mir beide Beides, beide Lebkuchen Lebkuchen, Frau und Lebkuchen Und dann bin ich fertig Oh, ich brenne es nicht mehr Okay, Ausnahme wäre, wenn Dings gehen würde Wenn Schwarzer Ritter reinkommt Oder, äh Eis-Legends-Rumble-Dings Oder wer Dings kommt So, Bluetooth fällt Oder wer wir? Or nicht? ja ähm nichts egal was du morgen Bonn Bonn packt Bucmann das ist China Hong-Rosottenschroh Konat ja? machst du morgen? ich weiß nicht Juri was machst du morgen? hm genau bist du dein Vater? oder nicht weiß ich nun ich hab ne heavy warum 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 Donut ja sterbe auch weil schon was rutschergefallen sind weil gar so ein nur mit ner Panster ich hab zwei Waffen dann müssen die Gegner facken ich hab zwei geholt weil wir das Gegner ja ich bin recht mit Thailand zwei genug bitte werden wir beginnen den auch noch ihr Kleinen keine Stimme aber nicht nur Spitze Thailand ich bin bei dir ich bin bei dir ich bin bei dir ich bin bei dir oh man 6 ja die Gegner ich hab grad eben den ich darf verhoffern mit kurzem ich bin süß gelbe die Nase juckt die Nase juckt die Nase juckt ich hasse die Nase juckt Bruna bitte verlass nicht ja ja ich verlass nicht die Koal ran wo denn noch von hinten oder was Ich habe einen Schneeball. Geil, jetzt kann man Schneeball werfen. Ja man, direkt nach vorne. Warum eigentlich? Wegen 14-Tage-Events, gerade rausgekommen, spiele ein Mensch mit einem Freund. Ich muss gerade schauen, woher? 24 Stunden wird das nächste Aid. Nein, es ist gerade eben. Ja, weil das schon gerade... Man kriegt Spraybotty oder sowas. Man kriegt nichts Neues oder so. Nur so ein Schneeball. Ich möchte lieber so eine Spitzhack unter dem Skin haben. Du hast ja auch noch nicht die ganz großen Pakete bekommen. Du siehst immer große Geschenke und kleine Geschenke. Ja, es war gerade ein großes Orkund. Nein, guck mal das letzte, also das Orangene an. Ja, die Orangen sind immer größer. Ich glaube, es wird noch ein bisschen gepackt. Ja, und es ist Tiertag auch. Ich weiß, dass wir Tannen... Tannenknacker. Ja, der leckt doch. Nein, das ist so. Ja, das wird absich so abnehmen. Bei mir geht's doch. Ich würde noch bereit machen, doch ich mir noch... Oh, bereit. Ein Wunder! Ich weiß... Ein Wunder Donuts, ich habe gerade mitgemacht. Jaaa. 39? Ne. Ich meine Stufe oder Level? Level. Ich bin 38. Du? Auch gerade. Aber erst am Anfang. Ich bin doch länger als ich darf, die Woche spielen. Und so glücklich sein. Wo ist Schwudel, Medi? Wo ist Schwudel, Medi? Was ist mit ihm? Er wird mir kein Spiel nachkommen. Medi, du Schwudel! Was fliegt? Wo bist du? Ich bin online. Online kommen auf uns warten. Ist doch okay, weil ich hätte netflix geguckt, was ich kann. Warum? Wieso guckst du auch netflix? Er guckt auch netflix. Oh mein Gott. Was? Bei Donutspacken? Ja, ja. Ja, okay, ich komme. Jetzt gehört. Ja, wie behindert ist ja was. Wer guckt netflix? Ich? Ich? Aber ich meine jetzt, wenn man mit Freunden zocken will. Natürlich. Ne, die... Ok, netflix gucken guckt jeder, aber... Du hast gesagt, du zockst direkt mit uns. Ich check das einfach nicht. Ich muss. Ich muss das vielleicht nicht. Ich hab die Monate verraten. Ich rass den raus. Willst du mir noch anfangen? Oh Gott. Ja, ich versuch ihn gleich selber. Ich sag mal, wo ich den rausfahre. Ich sag mal, wo ich den rausfahre. Ich sag mal, wo ich den rausfahre. Wo ist der? Ah, wo ist der? Da, ich werde dich auf Körbler. Oh, wo ist der? Oh, wo ist der? Wo ist der eigentlich? Oh Mann! Was ist das? Warum finishen die mich? Wie schlecht kann man sein, um zu finishen? Hä? Ich dachte, das war schon, Juri. Nein, nicht der. Der andere da. Mit Tim Luck. Wissen Sie nicht? Tim Luck, warum er sich nicht? Wow. Er spielt auch Maschinen-Schwuchter. Warum Maschinen-Schwuchter lassen? Medi, ich dachte, du kommst direkt an. Warum guckst du dann die ganze Zeit? Leider kann ich jetzt gleich nicht mehr spielen. Medi? Medi? Ja. 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 Das ist ein Typ. Und kaputt eure Steuermann-Bärmaschinen, aber vielleicht... Thailand hast du vor 12 Minuten gefehlt? Ja. Ja, ich bin grad auf... Ich hab dich abonniert. Ich komm gleich wieder. Machen wir einen Donut Thailand? Was? Machen wir einen Donut? Ging nicht. Was ging nicht? Zusammen auf einen Kanal. Aber trotzdem, sie wird zusammen, weil er Ghost, Ghost. Ghost ist auch nie ein Ghost. Halt die einfach. Sieh nur, dein Name ist anders. Party361 Ja, ja, ja. Fettig. Hallo? Ronald? Ja? Was ist du? Nix. Wer ist denn da? Niemand ist bei mir! Wer? Niemand... Ach, egal. Nurk? Niemand! Äh, ich hab nicht mal gefragt, weil bei dir isst. Was isst du da? Ich ess doch nix, ich bin doch bei mir zu Hause. Hä? Hä? Wenn du bei dir zu Hause bist, kannst du nichts essen oder was? Doch, aber ich ess doch nix! Jetzt! Ja, war schon meine Frage. Ich kann euch nicht beitreten, wie seid ihr. Hab ich doch schon am Anfang! Wie hast du gerade gegessen? Nein. Juri, du? Ja! Okay. Das war nur meine Frage. Ich hab' immer übertreben, jemals gerade so... Nein, das war schon nicht, das hab' ich aber auch gehört. Das schmeckt auch nicht. Ich war's natürlich nicht, ich hab' nicht mehr was gegessen. Mach! Und so ess ich auf gar keinen Auffall. Ich bin tot, Jungs! Hilf dir mal bei ihm, ich kann nicht kommen. Ich hab' ihm jetzt nur eine Waffe gegeben. Ja, hallo, hilf mir mal jemand! Hilf! Feuertschuss! Jena, spielst du? Ja. So. Du hast schon mal eine Waffe, aber wir wollen doch auch eine ordentliche! Jaaaa, das ist nicht gut. Jetzt, was muss man doch nun nicht mehr legen, oder alles? One-Shot, Domi! Stimme! One-Shot! Einfach nur One-Shot, leider! Hilf mal, Tümmi! Nein, für euch! Bei mir! Maaann! Ich könnte ja retten laufen! Alle waren so was, wir gucken, wie viel HP da haben gerade im Ausgehen. Ich bitte, ihr zuviel's? Hm, Tim ist dabei, Tim lacht. Aber wir können... Ja, er muss nicht mehr spielen. Da kann man... Wenn er mich nicht mehr spielen soll. Nein, kann ich nicht mehr spielen. Tim lacht nichts gegen mich, aber... Jetzt spielt da einander Arbeit, ok? Der Ariemen. Nee, die... Oh, das wäre schon... Warte kurz... Mach grad, die! Ich seit meine Frauen jetzt. Nachher schließt ihr... Alles meine Frauen, alles andere spüren. Aber dann wird wirklich schon Schieferrat, äh, dann... Beim zweiten Shop oder beim ersten, ich weiß nicht. Ja, absolut. Beim ersten. Nein, ich sag jetzt nicht. Zuschauer denken, äh, fake, fake. Mein original, brother, original. Was, Juri? Level? Was, Juri? Ich glaub, ich weiß nicht, 33, 32. Nice. Du? Oh, 38, gerade im Gas geworden. Guck mal, was ich und Donut... Donut, Medi, du darfst auch nicht, du darfst auch nicht spielen, Medi. Ah, das ist normal. Ja. Ich hab Glück und Donut. Guck, Medi, komm mal zu mir. Du musst du... Medi, hier, guck! Schneeball! Bei wem gehen wir rein? Bei mir. Ach, sag alles. Schneeball! Komm einfach rein, Juri. Scheiß auf Schneeball. Hä, ich bin schon unterwegs. Ja? Schön, in diesem Vier? Ja, meine Freunde, ja. Äh, Timlack, Entschuldigung, wir, ähm, äh, wir kicken dich nicht, weil wir dich mögen, aber... Darf jeder eine Truhe öffnen? Oder was? Äh, ein Vierter Freund stand, wir wollten dieses Spiel spielen. Ja, wir lacht zu Berlin. Und ja, ich hab ja ein Spiel. Okay, Walter, ich komm mal später, okay? Ruf doch auf inna oder yYanYan an. Ich hab' das, aber ich kann nicht mit der Satz-Pham spielen. Miese schlecht. Jungs? Ja. Bin aber miese schlecht mit der Satz-Pham. Scheiß drauf, sogar. Haaland, wir können keine Küsten öffnen. Ja. Ja, ist doch, muss, müß dich auch noch nicht. Kannst du, tog starten. Jungs? Ja, ja. erstmal kurz leise gleich wenn ich starte ist jeder an einer stelle teleportiert macht die kiste auf da sind zwei waffen drin wie damit die auf danach könnt ihr euch hochbauen wenn wir eigentlich so gut hier oben und dann geht es eigentlich durch zeit und am anfang nicht am anfang darf man überhaupt gar nicht so weit ist so gut am anfang darf man nicht nur wenn am ende wenn richtig voll ist wo man als erst ich sag dann wenn man ab wann man unterschießen darf aber aber wird man dafür sich alles unterschließt man darf wenn dann wenn einer jetzt über die ist das in europa schieft aber okay aber nicht so alles jetzt unterschießen okay start jetzt geht es jetzt an einer ecke als er wird hier ja ich muss auch machen sie lust ich kann ich kann nicht sehen ja jetzt mit einem tollen toll ich habe gar keinen tollen damit sei er habe nein nicht man hat und endlich was lieber und ich bin ja ja doch natürlich haben die das ohne metall niemand braucht mit einst du mit holz ich hoffe es sieht aus der see ist nicht okay ich habe sich gemacht wenn ihr eine wand kaputt macht durch die mit metall abgeben sei mal außer wie wüsste diese die sie doch diese weißen flächen aus dem haus halt nicht raus aber wenn es aus und kaputt geht eine wand dürfte die reparieren ja geht das auf mein namen ich habe eine weiße wand kaputt und was geht es um ich habe geschossen ja nur mein diegel habe ich bin ich meine ich bin ich bin ich bin ich bin ich aber natürlich ich glaube ich bin ich aber natürlich ja man hat auch nur ich hab jetzt schon mal verkackt endlich Emil, du liegst grad miese Mann! Oh, 190er Pump GG Ich höre, wie das aufregt Was? Ich schwöre, ich kann nicht bauen Ich lag mal Trouble in mir sogar Ah, Spitzhacke! Guck mal, Donut! Hast du's gesehen, Donut? Donut? Ja, ja Ja, ja Donut eigentlich... Oh mein Gott, Donut So... Mann, wie kann man so viel Lack haben? Hä? 30er Puncher Hä? Bei mir war grad diese Connecten auf den Kopf, aber war kein Schaden Ich ziehe Ich hab immer aus wie bei Pyramidenzimmer Hä? Mann, komm mal Thailand, siehst du das? Ich hab immer meine Spitzhacke in der Hand Ich check das nicht Das reicht's mir jetzt drastisch aus, Digga Mann! Hast du gesehen, ich hab'n Ziel jetzt? Ja Du kriegst die Stricks vor mich Medi gewinnt immer gegen Thailand Menschen Nein, weil ich nicht, weil ich nicht ziehen kann Ja, weil ich ziele Ja, weil irgendwie Medi lag Weil ich ziele Ja, weil irgendwie Medi lag Kann sein Kann sein Ja Was? Ich schiebe wirklich nicht Hast du 100 HP, oder? Ja, 200 HP Hast du 100 HP? Ja Das check ich nicht Ich kann nicht schießen Ey, ich hab' kein Bock mehr Ich muss mal testen, ob ich schießen soll Ey, macht man's mit Pyramiden hier weg Digga, der schießt schon, wenn ich auf Spawn bin Ist die ganze Hit gelaufen? Das hab ich schon gesehen Ich warte Ja, weil ich gerade auslaufe Weil ich letztlich Hä? Geben wir uns gleich touch die Hit Ja, natürlich Man kann nur alle hitten Man kann sich nicht unterscheiden Wallah Ja, alle gleich, das geht fast Ich warte Ich warte Warum leck das so? Warum leck das so? Du? Mediatt Locker hätte schon 15 Punkte Bei wem leckt's auch? Weil, ja Das auch ein 300er-pink Ich hab... 2-5 Teilham zu One-Shop Hä? Mumm, Dicke Ich hab nicht sogar One-Shot gemacht, Keiler! Ich hab nicht sogar One-Shot gemacht, Keiler! Es ist ja alle Kills gekommen! Ich lauf nach vorne, ich flieg wieder nach hinten! Hey, wieviel kurz habt ihr? Ich hab 8! Ich hab 2! Wie, 4? 15? Hey! Was kommt ihr? Nein, bitte, Medi! Staub doch nicht ab jetzt! Ich kann nicht mehr um... Nein! Oh, wer schießt mich jetzt schon wieder hier rum von oben? Oh, Medi! Hey! Ja, toll! Wer hat auch One-Shot gemacht? Da sind nicht One-Shot aber... Was? Du, da hinten ist eine Wand kaputt! Mach die mal wieder auf die Höhe! Wohne! Aber töd mich nicht! Okay, die Waffe! Ich mach schon! Warte! Ich muss... Warte! Geht's bei allen wieder weiter? Warte! Geh mal weg mit die! Okay! Geht! Hey! Bei mir wird 120er Headshot angezeigt! Warum stirbst du da nicht, Medi? Ja! Merk dir wie viele Kölz? Warum hast du so viele Kölz, Medi? Ich hab nicht mehr Blumen alt! Wie soll ich... Ich hab die 120er gegeben! Ja, dann weg dich! Wie ist viele Kölz hast du, Medi? Mann! Ich will... Hier ist die Kölz um Lost Desert eingestellt! Wie das mit einem Pum! Scheiße! Ich spiel die ganze Zeit mit Desert! Bei mir steht unten nur Pumper! Hä? Hä? Genau! Es gibt so eine bittige Headshot! Ich denk mir einfach, du... Ein Noob kriegst die Hand! Wallah! Ich hätte da einen Noob! Ey! Wallah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist hier! Oh mein Gott! Vierundsiebziger Headshot! Ey! Kein Bock mehr! Ach! Dann gibt es da noch eine Krone! Oh! Ja! Kölz! Was? Wie viele Kölz habt ihr? Ich hab zwölf! 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 Was? Ja, nee! Die machen wir klar nichts, ne? Es steht da rum und macht nichts! Oh Gott! Lässt die Jubiläse! Sonat von Schatz! Äh! Hey! Hey! Man hat noch den Fuß! Guck mal! Spitzhack in der Hand! Nimm mal raus! Was soll ich machen? Oh! Jetzt er glitcht durch die Wand! Ich hab zwölf! Ich hab zwölf! Ich hab zwölf! Ich hab zwölf! Wer von euch hat 16 Kills? Du musst aushalten! Was? Wer von euch hat 16 Kills? Ich hab sie gespielt! Ich sehe die ganze Donutskills! Boah! Sag mir! Sag mir! Sag mir! Sag mir! Sag mir! Wie kommt ihr denn? Wie sieht ihr mich? Wie sieht ihr mich? Headshot! Wie sieht ihr mich? Wie sieht ihr mich? Wie sieht ihr mich? Ich komme? Weil ihr mich einfliebt! Weil mir auch die ganze Zeit! Er gibt mir auch der Headshot! So wie ich Donuts! Du hast nicht mal gezielt! Nur weil ich direkt vor dir stand! Nee! Tyler ist bei dir auch so! Du kommst grad richtig lieben! Dir ist einer! Hä? Du hast jetzt wirklich lieben! Hier ist einer! Donutsk! Gib mir den Headshot! Ich gib ihm den Headshot! Wer stimmt? Er! Immer dich! Oh mein Gott! Ich hab keinen Bock! Wie viel Shit hast du Donutskills gegeben? Was? Ich hab ihm nicht mal einen Hit gegeben! Blödsinn! Blödsinn! Er steht über mir! Ich brauche! Ich bin gerade hochkommen! Plötzlich! Er steht über mir! Nee! Die waren doch nicht mehr Runshot! Ich bin doch... geschlagen! Hä? Wenn... Das Spiel... So aufregt! So wie jetzt! Er kriegt sich ja nicht auf! Warte es! Ich hasse das! Wenn er es lebt! Fick dich! Fick dich! Hä? Hä? Sag mir mal! 20er Head hast du mir gegeben! 40er Head! 40er Headshot! Alles klar Tyler! Ja! 2er Headshot! Ja! Hey! Ich kann mich mal schießen! Was ist denn DREX-Game? Nicht DREX! Geil! Fortnite?! Mein Ping ist Scheiße! warum schade ist ich er schießt ich dachte ohne runterschießen du ja egal was soll ich tun wenn ich darf das ist die zielen auch nicht schießen ich hab die ganze zeit nur runtergeschossen was kommt ich in thailand ich war da passt doch mit ich will doch und ja sorry ja danke hä es leckt es bei mir leckt es auch guck mal Spitzhacke hinter mir hinter mir er hat er hat so habe ich das war die Welt zu hören ich ich schaue nicht ich habe am Anfang schaue nicht schaue nicht schaue nicht über über mein Sporn waren überall Pyramiden okay ich habe nötig da ich habe in Spanien mit Pyramiden gespielt was 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 ich kann ich kann ich kann ich kann Medi keinen Hit geben Medi sind wir im Team Medi sind wir im Team Medi sind wir im Team natürlich sind wir im Team ich kann ich kann die keinen Hit geben ich kann die keinen Hit geben wer hat Keiner mein Flucht oder ahhh war klar AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWhy Sorry Medi ich wusste nicht dass du da bist BIS DORE-BAND,IN-E-DREX-Schleibchen DORE-BAND,IN-E-DICcker ich gebe die Menschen So meinen Leistung ich streiss sie noch aus guck mal ich gebe ihm 156er Hatschock Was also Warum? Ja, wo du 7 HP hattest, hattest du dir noch einen Hundert-Tuch. 56er Headshot gegeben. Ja. Ja, und jetzt lag ich, ich kann mich nicht bewegen. Wie kann es sein? Ja. Ich weiß, wie du das jetzt über 100 HP hattest. Guck mal, ich kann mich nicht bewegen! Mann, ey. Ja, wo ist direkt, weil ich... Was ist? Wo ist? Was hältst du mich? So easy! Wie älter! Älter bist du! Ich älter! Ich älter! Älter! Äh, äh... Ich werde immer woanders gespawnt! Was ist das? Hä? Äh, ich hab dir gerade ein Held gegeben! 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 Es stand doch dran! Ich check dieses Dricks-Game! Ich hab mir die Held gegeben! Wie viele Kills habt ihr? 5.000, weißt du? 6.000! Ja, äh, 2... 5.000! 5.000! 7.000! 28! 30! Oh! Äh! 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 20!000! Äh! ich hab gerade mal die 18 kills geschafft ich hab die ganze 2 jetzt habe ich 29 ich hab 29 kills ich hab immer die Spitzhacke in der Hand ich hab keinen Punkt mehr ich hab keinen Punkt mehr ich hab keinen Punkt mehr ich mach den Punkt mehr mach diesen Punkt schicken Drecks dann winst es aus Leichtschie wo man Leichtschie läuft merkst du das nicht? ja Dicker sie schwingt jetzt die ganze Zeit bei mir Musi will in die Party Jungs vergrüßt mal die Party die Party ist schon auf 8 obwohl nein hab jetzt gemacht und da kann äh pustet die Haare ja rastet so krass aus oh komm an mir der kommt wieder von unten weil du hattest schlicht gleich den ganzen Kanal ne ey Dicker ich mach auch gleich auf ich kann doch nicht mit dem Kampf wir sind mit dem Kampf ey kannst du kurz aufhören pack dich mal an der Treppe was? ich hab doch angehört also kamer mal mach live die Maus oder du hörst du auch nicht AHHHHH wie kommst du? jo Leute das ist mit dem live stream mit richtig krassen aus Ostern tschau später komm ich wieder auf